Am Anfang gab es nur Steine. Es gab kein Wasser, keine Tiere und keine Pflanzen. Aber es gab schon Gott. Und Gott sagte, Tag und Nacht soll entstehen. Und es gab Tag und Nacht. Wasser soll auf die Erde kommen. Wasser kam auf die Erde. Und das Wasser durchströmte die Steine. Die Erde soll Kontinente bilden. Und es bildeten sich Kontinente. Und so ist die Welt aus der Sicht der Gläubigen entschieden.